Hallo ihr Lieber, da ist Laura und Jackie. Ich wollte nur ein kleines Video machen und fragen, wie es euch allen geht in der schwierigen Zeit, die wir gerade alle durchmachen. Eher macht es nicht viel aus, wie man sieht, weil das ganze Leben hat sich komplett auf den Kopf gestellt in der letzten Woche und Monaten und Sachen, die selbstverständlich waren für uns alle, sind einfach nur da oder gestrichen. Ja, okay. Es ist definitiv kein Filmhund. Auf jeden Fall ist es eine eigenartige Situation, in der wir uns gerade alle befinden. Deswegen ist es gerade jetzt am aller wichtigsten, dass wir fest zusammenhalten und vor allem, dass wir daheim blieben für diejenigen, bei denen es der Beruf erlaubt, dass sie daheim blieben können natürlich und Homeoffice machen. Ich bin, wie man sieht, auch im Homeoffice, weil gerade in meinem Beruf ist es momentan unmöglich, irgendwas zu machen, weil gerade an einem Filmset, wo hunderte von Leuten auf ganz, ganz engem Raum miteinander schaffen, ist es unmöglich, was zu drehen, angefangen vor Maskenbildnern natürlich. Deswegen sind für mich momentan alle Filmproduktionen und Castings leider gestrichen, was natürlich nicht ganz einfach ist, aber so geht momentan sehr, sehr vielen auf der ganzen Welt. Und ich finde, man kann jetzt vielleicht die Zeit auch nützen, um wieder ein bisschen runterkommen und die Ruhe zu finden. Ich bin froh, dass ich daheim bin mit meiner Familie während der Zeit. Und ich nütze die Zeit, um trotzdem Drehbücher zu lesen, Szenen durchwache in meinem Zimmer. Das geht ja alles gut. Wieder ein bisschen kochen mit meiner Mama. Ein bisschen malen, singen. Vielleicht kann man jetzt die Sachen machen, die man sich schon lange vorgenommen hat, aber nie die Zeit gefunden hat, sie zu machen. Ich finde, jetzt ist die Zeit für sowas. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so das Gefühl, als ob sich die Menschheit wieder ein bisschen näher kommt. Man ist unglaublich lieber miteinander, freundlicher. Es ist ein wahnsinniger Zusammenhalt, gerade da im Ländle, finde ich, was so schön ist. Und man schätzt einfach wieder das, was eigentlich wichtig ist im Leben. Und es fällt mir täglich auf, man braucht so wenig. Da fällt einem eigentlich auf, wie in was für einem unglaublichen Überfluss mir leben. Deswegen kann man sich vielleicht jetzt ein kleidizid jetzt und wirklich wieder ein kleid rüberkommen. Und ich bin so froh, dass ich daheim bin mit meiner Familie, mir facetimen täglich mit Verwandtschaft und Freunden. Und ich finde es einfach schön. Und ich hoffe, dass der Zusammenhalt auch nach der Krise weiterhält. Weil wir sind alle gleich. Wir sind alle vom selben Stern. Wir sind alle eins. Und ja, wir schaffen das gemeinsam. Und ich glaube, die Natur freut sich gerade auch, Klelle, dass Ruhe eingekehrt ist, für eine gewisse Zeit zumindest. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles, alles, alles Gute. Bleiben bitte alle gesund und wir schaffen das. So, sie wollte auch noch schnell Tschüss sagen. Mein Gott, Hund, hörst du. Alles voll. Jetzt kann ich gleich wieder saugen.